Jo YouTube, was geht da? Wir sehen euch auf vier Buchstaben, mehr zu dem Miet, zu dem Men, zu dem Mo. Heute mal wieder ein bisschen was zum Vapen. Ich kenne es als Vapen, viele kennen es dann halt auch als E-Zigarette, E-Shisha und so weiter und so fort. Aber meines Erachtens nach heißt das alles Vapen. Ich war zum Beispiel auch letzte Woche auf der Hall of Vape, wo es halt genau um sowas ging. Das war quasi eine Vapermesse. Aber da gibt es natürlich unterschiedliche Begriffe dazu. Ist doch gar nicht schlimm sowas. So meine Freunde, heute will ich euch nämlich wieder ein Liquid vorstellen. Nämlich eins, das ich schon oft angepriesen habe und jetzt will ich ein bisschen was dazu erzählen. Das Ganze, was ich euch heute zeigen möchte, ist Blau. Blau steht für Heisenberg, meine Freunde. Das ist das Aroma, das Liquid, das ich gerade rauche. Hier in meiner Vape habe ich es drin. Sieht man es noch, so ein bisschen ist was drin. Und ja, das will ich heute einfach ein bisschen zeigen. Ich rauche gerade mit 60 Watt Einstellung. So, ich kann auch gerne nachher mal noch ein bisschen mehr versuchen. Aber wir wollen jetzt meinen Coil auch nicht zerstören. Und ja, probieren wir das Ganze doch einfach mal. Das Ganze dampft auf jeden Fall richtig gut. Genauso wie ich das mag. Und schmeckt auch bombastisch. Also wirklich, es hat eine Minzenote, aber nicht zu starke Minzenote. Das finde ich immer bei vielen Liquid so scheiße. Wenn es in Richtung Minze geht, dann ist es so übertrieben Minze. Also so richtig eiskalt in der Lunge. Als würde dir direkt Ice Spray inhalieren. Und da ist es auf jeden Fall nicht so der Fall. Ich habe zum Beispiel auch sowas hier auf der Vape-Messe gratis bekommen. Das ist auch so ein Minz-Liquid. Da haben die halt auch gratis so ein bisschen hier. Kannst du haben, kannst du probieren und sowas. Aber das ist echt Bullshit. Es gibt also viele Minz-Liquids, die meiner Meinung nach nicht so dolle sind. Heisenberg ist eins meiner Favoriten-Liquids. Das Ganze gibt es zum selber mischen. Da kann man quasi das Aroma kaufen und hier mit Dipper-Base schön selber mischen. Ist natürlich auch die günstigere Variante. Da kriegt man jetzt zum Beispiel 30 Milliliter schon für 12 Euro oder so bei Amazon. Und da kriegt man auf jeden Fall ganz viel zusammen. Denn das ist ja schließlich nur Aroma. Oder man kauft schon fertige Mischungen. Wie zum Beispiel von Vampire Vape. Die sind auch bombastisch. Und dann kann man direkt los rauchen. Also wie gesagt, Rauchentwicklung von dem Liquid. Mit der Dipper-Base und so weiter. Also alles, alles super. Schmeckt auch super und lässt sich super angenehm rauchen. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann schaut unten in die Beschreibung. Da gibt es die zwei Variationen. Entweder zum selber mischen oder aber zum direkt kaufen, rauchen und bestellen und so weiter. Und ich habe mir vorgenommen, das Ganze jetzt ein bisschen öfter zu machen. Gerade so Liquid zu vorstellen und testen und so. Weil man weiß ja nie so genau, was soll ich mir holen. Und dann ist es genauso wie beim Shisha-Tabak. Man kauft es, macht es auf, raucht und es gefällt einem einfach nicht. Aber zurückgeben ist halt nicht. So und deswegen will ich euch ein paar meiner Favoriten vorstellen. Vielleicht findet ihr da auch was, euch dann gefällt. Ich werde auch mal irgendwas vorstellen, was total kacke ist. Was auch mir überhaupt nicht zugesagt hat. Dass ihr vielleicht auch dann nochmal überlegt, ob ihr euch das holen sollt oder nicht. Das ist der Plan hinter der ganzen Sache, meine Freunde. Ich würde sagen, dann einen guten Rauch, ein gutes Wapen euch allen, dampfen. Hat man mir auch gesagt. Ich darf bloß nicht rauchen sagen, lieber dampfen. Das ist in der Szene auf jeden Fall nicht so gern gesehen. Rauchen dazu zu sagen, dampfen. Okay, ja, ihr habt sowas von Recht. Ich entschuldige mich hierfür, für diese Aussagen. Und hoffe, wir sehen uns schon bald wieder bei der nächsten Liquid-Vorstellung. Oder aber irgendwas anderem. Okay, das war's. Erzuny, Zuny, Zuny, Menzuny, Mond. Das war ein kleines Update zu meinem absoluten, derzeitigen Favoriten-Liquid. Aber ich habe hier auch schon ganz viele neue, die ich euch auch schon gerne vorstellen möchte. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Okay, alle Links unten in der Beschreibung. Genauso wie zur Vape, falls ihr damit anfangen wollt. Und ja, haut da rein. Erzuny, Zuny, Menzuny, zum siebten Mal jetzt. Peace. 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 Vielen Dank.